Hallo meine lieben Schülerinnen und Schülern. Herzlich willkommen, meine lieben Schülern und Schülern und Schülern und Herzlich willkommen. Heute werden wir mit Ihnen zusammen mit Lektion 7 machen. Heute machen wir weiter mit Lektion 7, aber Schritt C. Schritt C ist unter dem Titel Das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht. Wir arbeiten mit C, mit dem Titel Das hast du gut gemacht. Ich habe etwas ganz anderes gesehen. Von dem Titel ist das erste Mal. Das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht. Ich habe eine Karte 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 gemacht. Oder das ist eine andere Sache? Das werde ich sagen. Ich habe eine Karte gemacht. Das ist eine Karte gemacht. Das ist eine Karte gemacht. Was ist das Perfect? Ich weiß das Perfect in Englisch. Ich habe das Perfect. Wir sprechen das Perfect über etwas vorhin. Ich habe das Perfect. Ich habe das Perfect. Ich kann es auch noch nicht sagen. Also, wir sprechen mit dem Englisch. Und wir sprechen mit Deutsch in Englisch ein bisschen. Wir sagen in Englisch, in Präsens. In der Präsens. Er spielt. 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 Ich habe das Problem. Er spielt. Wir machen es mit dem Englisch. Wir lernen mit mir, aber in diesem Fall. Wir versuchen, es zu verstehen. Ich will das erste Mal zurück auf die Frage stellen. Ich will das eine kleine Frage stellen. Was ist das? 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 Nein. Was ist das? Nein. Beispiel die Ausbildung. Was ist das? Was ist das? Das bedeutet, dass die Ausbildung ist, muss ich in die Ausbildung helfen? Das ist die Ausbildung, das heißt, er ist die Ausbildung. Das ist die Ausbildung. und die mit der Nummer 3. Die Erfolgen. Okay. Ich habe Verbal in der Englisch einen Verlangt. Ich habe die Verlust mit meinem Verlust geholfen, ich habe die Verlust geholfen. Nein, ich habe das Verlust geholfen. Ich habe das Verlust geholfen, aber ich habe das Verlust geholfen. Wenn du, was man für das Verlust ist, ich sage, ich habe das Verlust geholfen. Ich muss die ganze Zeit benutzen. Was ist das? Ich habe die Perfect in English und ich verwende Ed. Es ist nicht immer, aber es gibt es keine Ahnung. Aber wir sprechen über Ed. Das bedeutet, dass es eine Art ist. Ist das richtig? Ja, gut. Deben die Verzüge der Verzüge in deinem Gehirn in deinem Gehirn. Das war's. Und wir beginnen mit dem Überschuss. Wir schauen uns mit dem Überschuss. Wir schauen uns mit dem Überschuss. C. 1. Agenzen Sie. gegessen oder gemacht? gegessen oder gemacht? Gessen Das ist ein Gehirn von Verb. Agenzen 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 Agenzenzen Wir versuchen, wir schauen, und wir legen die Verzüge in deinem Gehirn. Wir schauen, die erste Agenzenzen Und auf meine Hand Tal Agenzen Das hast du gut, Koko Agenzen 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 Supers Das ist die Geschen. Und das ist die Hasht. Das ist sicher, dass es das der Perfect der Verständigung des Verständigen. Wir kommen hier und wir sprechen. Um zu versuchen, zu verstehen, wir schauen C2 Ordnung Z2 R B C D Ich will die 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 Englisch Die die Englisch gelernt. Die Englisch lernt Englisch. Das Mädchen schreibt einen Brief. Das Mädchen hat einen Brief geschrieben. Ich sage dass die 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 ist. Das ist. Das ist. Junge Ahmed ist ein Junge Mona ist ein Mädchen. Wollet 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 Der Junge hat Englisch gelernt. Gelernt die Lernen Das aber wir haben gewonnen mit Ders Lernen 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 De Die Lernen 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 Wo ist es? Fah? Fahke ein paar Sekunden. Er lernt Englisch. 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 Das Mädchen schreibt einen Brief. Das Mädchen schreibt einen Brief. Und Brief, was er? Was er? Er lernt Englisch. Der Beruf, die Erl ist die Wurze. Er lernt. Er lernt. Er lernt. Das Mädchen schreibt einen Brief. Er lebt. Oder ist es? Nein, das ist es. C. Aber das ist ein Brief. Es ist geschrieben. Es hat gesagt. Es hat gesagt. Es hat gesagt. Es hat gesagt. Es ist B. Was ist das? Ich habe das hier. Die Sprache der Präsent. Die Präsent. Die Sprache der Präsent. Hier ist es. Und sie hat gesagt. Die Sprache der Präsent. Die Sprache der Präsent. Die Sprache der Präsent. Die Sprache der Präsent. Ich verstehe nicht. Ich sage dir. Die Präsent. Ich mache das so ein bisschen zuerst. Heute gestert. Heute. Heute ist Dienstag. Heute. Gestern. Aber gestern. Gestern ist. Montag. Heute ist Dienstag. Gestern ist. Montag. Gestern. Imbara. Imbara. Ich lern. Ich lern. Englisch. Gestern. habe ich. Englisch. Ich lern. Ich lern. Ich lern. Englisch. Ich lern. Ich lern. Ich lern. Ich lern. Ich lern. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Das ist wie ein Mann. Wie ein Mann. Wie ein Mann. Wie ein Mann. Ich lern. Ich lern. Ich lern. Ich lern. Ich lern. Wa SHE. etwas Ländern. Gott. ologique. independence. Eine. Ich lern. Ich lern. Ich lire das Wort. Wenn ich MAL das Wort nicht damit kriste angstrom dance habe, habe ich." Genau. Es ist ein Vorbuch. Spannende. Er hat gelernt. Aus dem Whereas. Das war aber... Ich will es verstehen, dass das Präsens ermögliche ist. Im Präsenz ist ein F1, der ich mit ihm arbeite, und ich schaffe es, ihn in zwei. Die Präsenz hat er zu verrägert. Sie sagen, wenn du auf den Karten hast, ich will da dich dann findest du Präsenz. Präsenz hat er gelernt. Im Präsenz hat er gelernt. Ich habe das Wort. Dann habe ich mit der Hauptsäule. Ich habe das Wort. Sie hat. Das Wort. Ich habe das Wort. Ich habe das Wort Wort. Und das Wort. Hier gibt es eine Art von Schrauben. Das Wort ist nicht. Das Wort ist auch sehr. Das Wort. Wir haben immer wieder gesagt, dass jede Karte ist. Die Karte ist, dass man einfach mit dem Zeitpunkt immer mehr machen kann. vor dem Moment. Konto neu oder Tee zu sagen. Ich weiß, das auch nicht. Rebellange ich doch. Ich schnale dir, ich schnochte Nachricht. Ich schnochte Nachricht. Ich schnochte Nachricht. Ich schnochte, ich schnochte Nachricht. Ich schnochte Nachricht. In chancen nach ... Mit gibt's Nachricht ... Nachricht Nachricht ... Wenn hier ... wenn hier ... ist nachricht ... Wenn es ein Baut ist, wenn es ein Baut ist, wenn es ein Baut ist, dann man die 2. Okay? Ich sage mir die nächsten Mal die Bauten. Das ist der 4-Bauten. Ich kann es auf 2-Bauten geben. Das ist in der 3-Bauten. Wie kann man das jemals haben. Das ist der 3-Bauten. Und in der Falle F. Wie? 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 Lass ich in der Falle benutze, was ich habe meine Sachen? Und wenn ich etwas sagen darf? Nein, meine Damen Sie. Wenn ich etwas sagen darf, was ich weiß, was ich in der Falle weiß. Wenn ich meine Sachen vom F-Modaten bekomme, die man die vom F-Modaten kommt, indikdi gesta 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 fuya latest la Stadt Lattest wie Last in English. Ich schau dir die Sache. Lattest. Okay? Lattest Tag. Schau, du willst du mit ihm? Ich schau, Lattest. Der Zeit, der All-Ewo-Test, der All-Ewo-Test, der All-Ewo-Test, der All-Ewo-Test, der All-Ewo-Test. Ich schau dir mal an zu diesem Fall. und ich mache es mit dem Tablet ein und eröffne den Hintern. Mit Beispielen Einbarn am Rand löst du Zeug in 2 und mit der Ver��릴-D governance. Und bei der Übung der Übung den zweiten Ausgaben. Vor allem den Begriff Extable in Begriff. Dann, bei uns Zb, und bei uns Zb. Dann, bei uns Zb oder bei uns Zb. Und bei uns Zb. Also werden Sie mit dem Begriff gesessen und Begriffen. Wir beginnen mit dem Zusammenhang mit dem Arbeitsbuch. Lektion sieben, fünfzehn, Nummer drei Zehn. Eigentlich sind sie. Wir beginnen mit dem Verb haben. Wir beginnen mit dem Zusammenhang mit dem Verb haben. Ich habe, du hast, er, sie hat, wir haben, ihr habt, sie, sie haben. Wir beginnen mit dem Verb haben. Okay. Wir beginnen mit dem Verbind. Wir werden mit dem Verbind. Wir werden mit dem Verbind. Wir müssen uns über die Verbindungen aufmerksam werden. Wir haben die Verbindungen. Ja, arbeiten. Okay. Ich habe gestern viel gearbeitet. Wir werden mit den Verbindungen an. Die Verbindungen, die Verbindungen. Die Lernen. Die Lernen. Was ist das? Okay. Lernen. Ich mache die Lernen. Du. Ich mache sie mit ihr. Nein, das ist falsch. Ich mache die Lernen. Du hast du Dike. Ich mache die Lernen. Ich mache die Lernen. Die Lernen. Okay. Ich mache die Lernen. Die Lernen. Die Lernen. Die Lernen. Die Lerna. Sie sehen uns immer wieder. Ansonern. Nur um zwei. Ich nicht weiß. Sie wissen Sie wissen. Die Lernen. Wirota eine. . 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 hat muziek gehört sehr gut, super gelesen 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 wir haben den Text nicht gelesen wir haben den Text den Text accusativ fäckerin accusativ Fäckerin guztativ Sun Makaot Makaot add Makaot aah aah fäckerin Daa fäckerin May Foi Makaot Esse Sim 19. 1918 19. 20. 21. 23. 25. 25. 25. 26. 25. 29. 21. Schlafen. Schlafen. Schlafen, يعne? Ja, naam. Schlafen. Sie haben aber lange. Schlafen. Wir machen hier die drei, die alle kommen, mit sie, sie. Schlafen. Wir machen hier eine Hatt, weil sie mit der Z ist. Das ist eine Art von der Z. Schlafen. Schlafen. E und A? Schlafen. 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 Ich will das mit einer Karten. Ge worshiped like. Schlafen non, erfi 트�folger. Schlafen. Schlafen zwei suggest zum Beispiel machen. Hey, das ist ein Zeichen. Schlafen. Fl geozen. Schlafen. gespielt spielen haben sie tennis gespielt lernen gelernt essen gegessen hören gehört lesen gelesen machen gemacht schlafen geschlafen gespielt spielen spielen sch willens gespielt thamame àcomel Il greatly sor момент vers six U où est ce que t'에도 où je pense ne soit ou tu counters avec ma on wende natural auf der Leifen dem L und narratives Das ist das Sie sind da Die Leisen Die volunteers Die�ogle Die in Alrighty Schreiben Schreiben mit A-N Heuren mit A-T Imštid hier ist, dass du von der einen einen Auslager mit A-N und ein Auslager mit T oder A-T Entordhu? Entorduchte die Unfall mit A-T mit A-T oder A-T Okay. 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 Kommt das so weiter. Wir machen das so weiter. Ich liebe immer, dass du dich unterdrängst. Es ist eher so, dass du dich nur auf die Frage zu behaupten. Das sind die Leute, die mit ihnen kommen. Nein. Es kann man die Frage zu behaupten. Das ist das so weiter. Kommt das so weiter. Wir haben ein paar Mal. Und wir versuchen, dass wir mit den beiden auf die Frage zu denken. Okay. Wir kommen zum Arbeitsbuch. Übung 18. Lesen. Ergänzen Sie. Lesen. Schmecken. Schicken. Treffen. Finden. Lesen. Perfect. Gelesen. Ergänzen Sie. Lesen. Gelesen. Schmecken. Schmeckt. Schicken. Geschickt. Schmecken يعني يتذوق أو يعجبهما ذاق. Schicken. Ergänzen. Ergänzen. Schetsen. Ja. Ich träffi A-Ahmad heute. Im Club. Es ist ein TREFEN. Geben. KREFEN. Getroffen. Ich träffi A-Ahmad heute. Ergänzen. Gefunden. Funden. Ich habe hier die Gummell. Ich habe die Gummell in der Presence und in der Perfekt. Nummer A. Hast du heute schon Zeitung? Ha? Ich habe die Gleisen. Ich habe die Gleisen. Ja. Gleisen. Perfekt. Okay. Nein. Aber ich sehe jetzt. Ich leise sie jetzt. Ich habe die Gummell in der Verkunft. Eine Perfekt und eine Gummell. Ich habe die Pizzas. Ich habe die Pizzas. Ha? Ha? Es schmeckt? Es schmeckt dir die Pizzas? Ja, natürlich. Pizzas. Es schmeckt doch immer gut. Ich sage es schmeckt doch immer gut. Ich sage es schmeckt doch immer gut. Ich sage es schmeckt doch immer gut. Schicke sie sofort. Nummer D. Hast du Angelika schon getroffen? Nein, aber ich treffe sie heute Nachmittag. Nummer E. Hast du die Schlüssel schon gefunden? Nein, aber ich finde sie bestimmt noch. Ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt. Nach dem Video kann ich wiederholfen, kann ich wiederholfen. Ich mache das in der Bibliothek. Ich mache das wiederholfen. szeit ha Ahfaz lFaile Accomien und vtut du mal s'affizt Ffai schreibe ZZ Befecht Ich will das Wort per Ver Montgomery und ich kann es hier oder wenn du nicht Wenn du nicht auf das oder auf die E-Mail kannst du auf die E-Mail machen, kannst du auf die E-Mail machen. Du bist auf die E-Mail zu sprechen, hast du auch gesagt. Du musst dich lernen. Wir machen das hier, stattdessen zu machen, wenn du dich ein Thema verabschiedet hast, das wird dir nicht so schwer, wenn du dich nicht auf die E-Mail verabschiedet hast. Wir machen es als Klamer und Sprach mit denen. Schreiben Sie das ist perfekt. A Am Morgen nicht Laura kustücken. Die ganze Nacht regnen. E ist die B. C. Hähnchen. Wir essen gestern. Taunachudum wahde wahde. A. Am Morgen nicht Laura kustücken. Findet Verb. Findet Verb kustücken. Findet Verb. Laura kustücken. Laura kustücken. Laura kustücken. Und er wird er perfekt. Hab. und Laura kustücken. Laura hat. Ich werde das Kustücken in der Kustchen schmerzen. Ich werde wieder mit der Kustchen schmerzen. Laura hat am Morgen nicht nicht e. Die B. Die B. Die B. Die Kustücken. G. Kustücken. Wenn es am Montag nicht auf dem Weg geht, dann geht es um die ganze Nacht. Die ganze Nacht, die ganze Nacht, die leilige, die ganze Nacht. Regnen, es. Regnen ist das Verb. Ich habe es in der letzten Zeit. Es ist die ganze Nacht. Regnen, die ganze Nacht. Regnen. Regnen. Wir haben es in der letzten Zeit. Wir wissen es in der letzten Zeit. Es ist die ganze Nacht. Wir haben es in der letzten Zeit. Ich habe es in der letzten Zeit gelegt, wenn wir die ganze Nacht haben. Nummer D. Am Wochenende zwei Stunden Tennis spielen. Wir haben es in der letzten Zeit. Wir haben es in der letzten Zeit. Wir haben es in der letzten Zeit. Wir haben am Wochenende zwei Stunden Tennis gespielt. Wir sehen uns in der nächsten Zeit. Okay? Wir haben es in der letzten Zeit. Wir haben eine gewisse Schäuze in Berlin. Wir haben eine gewisse Schäuze in Berlin. Wir legen uns zu den nächsten Zeit. Wir setzen die ganze Zeit. Wir sagen wir haben eine gewisse Schäuze in Berlin. Das ist ein ganzes Schäuze. Was das was das, die Niederschaft sonst braucht? Ich habe eine gewisse Schäuze. getrunken. Und wenn man an dich hat, hat er einen Tee getrunken? Suchen. Suchen. Ich habe meine Schlüssel gesucht. Achir. Hage. Früher. Kلمة die Lübe-Dulla-Almadi. Früher. Und gestern. Vorgestern. Lettest. Nie. Nie. Never. Abedan. Ich. Hab. Früher. Nie. Verter. Gelernet. Ich hab. Hoha. Nie. Verter. Gelernet. Lernem. Ja. Wohl. Schade. Schade. Einmal. Ich bin ich im Moment. Ich bin ich. Und ich bin ich. Und ich bin ich. Das ist die Kurse, die du in die du mitzuhrenst. Und ich habe das mit mir. Das ist dann mit mir. Das ist dann mit mir. Und die Perfekt. Das ist alles. Das sind die all die du in deinem Leben kannst. Die du in deinem Leben kannst du sie in deinem Leben. In deinem Leben. Das ist nicht so viel. Das ist die Aufmerksamkeit. Wenn du eine Berecht zu sagen möchtest, kannst du einen neuen Bewerfekt überlegen, dann kannst du einen Bewerfekt kennenlernen, aber du kannst du das Bewerfekt. Du hast diese Bewerfekt und du kannst du den Bewerfekt aussehen, was du? Was du in der Zeit? Was du wohnst dir? Du kannst du eine große Abseher über die Bewerfekt aussehen, von Bewerfekt und von Bewerfekt aussehen und von Bewerfekt. Ich nehme mir ein Wissen, aber ich werde es sagen, und ich werde es sagen, und ich werde es sagen. So, wir schauen uns mit anderen, wie es? Unforten. Where ist der Grund? Unforten. Unforten, was bedeutet? Das ist ein Wissen. Wir machen es mit einem Wissen. Also, ich habe es dann, Arbeiten. 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 ist wie ein Fingern. 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 Ihr wartet. Auf Wiedersehen. Das ist davon. Das ist sehr. Das ist sehr. Das ist sehr. So wie Heer. Heer. Fragment. . Und bei den Nr. Was das von den Nr. Was benötig? Was genau ich an der Siege Bedeutung über Ihre Melanchie. Wo soll ich etwas anderes über ein Stückes vornehmen? Und ich würde Ihnen nicht mehr locker выйти. Ich hoffe, dass Sie alles gut für Sieben, und diese Situation waren. Ich glaube, wenn Sie mir nicht verabschieden sollen, welche Kontakt What about you machen? Sie müssen jeden Tag nicht über die Musik verabschieden. Sie sehen wie dieses Oktober? Lach und Lach und Lach. Aus dem T departed Sie meinen Geist. Lachen hier, gelacht. Okay? Ja, das wird mir in der Umgebung gefallen. Ja, das wird mir in der Umgebung gefallen. Ich sage euch, die Chemiatik wählen Sie die Geschichte und Pork aus? Ja, das wird mit der Umgebung gefallen. Haben, hat, hast, habt, du etwas, von mach, gehört? Ja, das hat, habt ihr gehört? Hier habe ich ein Du. Ich sage euch, hast, hast, das mit Du. Nach dem Du. Ich sage euch, die E-mail. Ich sage euch, die Schreiben, die Schreiben. Geleisen. Da gibt es Leute, was ich sagen? Nichts, dass wir die Schreiben finden, in der Zeit, 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 das ist nicht. Das ist mit dem Kühnen. Das ist mit dem Kühnen. Das ist mit dem Kühnen. Das ist ein Rekhaz. Wir sehen uns zwei. Wir sehen uns zwei. Ah, das ist ein Haben. Das ist ein Haben. Was ist mit dem Kühnen? Wolle? Ein E-mail? Ein E-mail? Ein E-mail? Ein E-mail? Die zwei sind. Wir sind in den Dreiben. Nicht im Imtehan. Im Imtehan ist ein E-mail. Okay? Ich habe zwei Brötchen. Was haben Sie gemacht? Ich habe ein Perfekt. Ich schreibe. Wenn du nicht wissen, dass die Schreiben der Schreiben ist, kann man es schreibt. Du kannst es trinken. Wenn du nicht wissen, dass die Schreiben der Schreiben ist, kann man es trinken und es schreibt. Und das Brötchen ist das. Das ist das, was der Kaisers, der Kaisers ist. Das bedeutet, dass es das Schreiben ist. Du hast eine Ester-Kaisers, wenn du nicht die Schreiben bezeichnet. Also ist es gut. Dann glaube ich das Schreiben der Schreiben. Das ist der Schreiben. Und ich sage das Schreiben. Das Schreiben solltest du nach 2. Das Schreiben der Zuschreiben uns in die Schreiben. Das Schreiben. Aber wenn ich das SCHw confirmed habe, dass sie eine Schreiben der Schreiben solltisch. Kannst, Kan, Können, Könntu, good, nicht deutsche Schreiben? Ich sage das Schreiben. Ich möchte Fußball spielen, weil ich möchte die funktioniert ной auf einen einen Крас ERS bist classes